Köstlich fein gefüllte Schnitli, ob süss zum Kaffee oder pikant als Vorspeiss, backen Sie köstliche Schnitli mit der Füllung Ihrer Wahl. Mit der Schnitli-Bachform gelingen Ihnen bis zu 60 Schnitli aufs Mahl. Ihr Geschenk? Das Rezeptbüchle mit bis zu 13 süssen und salzigen Rezepten inklusive glutenfreien Rezepten. So einfach geht's. Teig mit dem Spritzsack einfüllen und mit dem Spachtel glatt streichen. Antihaftmetalldeckel drauf und backen. Stürzen. Das Auslösen geht dank dem Silikon ganz einfach. Durch die clevere U-Form lässt sich so viel Füllung wie noch nie einfüllen. Und zum Schluss nur noch verzieren und auf die gewünschte Länge um die Form schneiden. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ob süss oder salzig, mit Ihrem Geschenk einem Rezeptbüchle finden Sie garantiert Ihr Lieblingsrezept. Schnitli-Backform Schnitli mit so viel Füllung wie noch nie. Kinderlicht hergestellt. Dank der Backform. Variationsreich. Beliebig füllen, ob süss oder salzig. Einfaches Auslösen dank dem Silikon. Bestellen Sie die Schnitli-Backform bei Betty Bossi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020